Sony hat neue Smartphones vorgestellt, unter anderem das Flaggschiff Xperia 1 im 21 zu 9 Format. Wir haben uns die Smartphones mal genauer angeschaut und sagen euch, was wir davon halten. Sonys Flaggschiff von 2019 heißt nicht wie erwartet Xperia XZ4, sondern Xperia 1. Und das ist das erste Smartphone mit einem Display im Kinofilmformat 21 zu 9. Damit ist auf dem 6,5 Zoll Display auch genügend Platz für zwei Anwendungen gleichzeitig. Zudem verbaut Sony erstmals ein 4K HDR OLED Panel. Der Fingerabdrucksensor sitzt auf der rechten Seite und ist gut zu erreichen. Er befindet sich nicht auf der An- und Austaste, was praktisch sein kann. Auf der Rückseite sitzt eine Triple-Kamera mit Weitwinkel, Zoom und Ultra-Weitwinkel-Objektiv, die jeweils Fotos mit 12 Megapixel schießen. Ein zweifacher optischer Zoom und Superzeit-Lupen-Videos in Full HD klingen vielversprechend. Schade ist aber, dass Fotos und Videos nur im 16 zu 9 Format aufgenommen werden können. Zumindest in der Kamera-App. Auf dem Xperia 1 ist zusätzlich eine App installiert, mit der ihr 4K HDR-Videos im 21 zu 9 Format aufnehmen und zum Beispiel die Farbtiefe oder den manuellen Fokus individuell festlegen könnt. Der verbaute Qualcomm Snapdragon 855 verspricht eine hervorragende Performance. Auch der massige Speicher von 128 GB lässt sich noch erweitern. Alternativ findet eine zweite SIM-Karte Platz im Slot. Das Xperia 1 wird erst ab Juni erhältlich sein. Für satte rund 950 Euro. Sony erweitert auch sein Mittelklasse-Sortiment um zwei neue Geräte. Das Xperia 10 mit einem 6 Zoll Display und sein großer Bruder Xperia 10 Plus mit einem 6,5 Zoll Display. Beide kommen ebenfalls im 21 zu 9 Kino-Format und haben eine Full HD Plus Auflösung. Bei den 10er Modellen verbaut Sony hinten nur zwei Linsen. Vorne sitzt jeweils eine 8 Megapixel Frontkamera. Im Gegensatz zum Xperia 1 können die Modelle sogar mit der Kamera-App Fotos und Videos im 21 zu 9 Format aufnehmen. Prozessor und Akku sind beim Xperia 10 ausreichend. Beim großen Bruder steckt sogar noch mehr Power drin. Auch der 64 GB große Speicher lässt sich bei beiden Geräten erweitern. Das Xperia 10 und 10 Plus sind als Dual-SIM-Variante mit Android Pie für rund 350 bzw. 430 Euro erhältlich. Auch die Einsteiger-Klasse von Sony bekommt mit dem Xperia L3 Zuwachs. Das LC-Display ist mit 5,7 Zoll nicht nur kleiner, sondern hat auch eine geringere HD Plus Auflösung. Dafür fällt auch der Preis mit 200 Euro kleiner aus. Auf der Rückseite sitzt eine Dual-Kamera mit 13 und 2 Megapixel. Die Frontkamera knipst mit 8 Megapixel. Eher bescheiden bleibt es in Sachen Performance. Als Betriebssystem ist Android Oreo installiert. Ein Update wird es laut Sony nicht geben. Was haltet ihr denn von Smartphones im 21 zu 9 Format? Ist das genau das Richtige für Netflix-Junkies? Oder ist es doch ein bisschen zu lang für die Hosentasche? Lasst es uns wissen. Wir sehen uns beim nächsten Mal.